Hallo, mein Name ist Ina Tappgen. Ich bin Lehrbeauftragte vom Pferdesportverband Weser-Ems. Außerdem bin ich auch noch Landestrainerin Vielseitigkeit und bin zuständig für den dezentralen Bereich in Weser-Ems, das heißt die Bezirksverbände Oldenburg, Osnabrück, Ostfriesland und Emsland. Dort gebe ich viel Dressur, Springen und Vielseitigkeitslehrgänge, ebenso wie Bodenarbeit, Trainerassistent, Trainerfortbildung und Ausbildung und wenn Sie dazu Fragen haben und Wünsche und mich gerne einmal kontaktieren möchten, machen Sie das gerne über struckmeier.psvwe.de